Es war ein regnerischer Tag im Mai 1895. Der spanische Oberst Jiménez de Sandoval kampierte mit seiner Truppe in einem Tal im Osten Kubas, dort, wo die Flüsse Contra Maestra und Cauto zusammentreffen. Vor einigen Tagen hatte man ihn darüber informiert, dass eine Gruppe kubanischer Aufständischer in der Gegend aktiv war. Jiménez de Sandoval traf alle nötigen Vorkehrungen, um sich nicht überraschen zu lassen. Seine Männer waren im Kampf erprobt und außerdem bestens ausgerüstet, um jeden Angriff abwehren zu können. Im Moment war jedoch alles ruhig. Man hörte nur das Rauschen des Cauto, der durch die Regenfälle eine Menge Wasser führte. Doch die Ruhe war trügerisch. Im Dickicht des umliegenden Waldes hatte sich eine Gruppe von Kubanern versteckt, die nicht länger unter der spanischen Kolonialherrschaft leben wollten. Einer ihrer Anführer war kein geringerer als José Martí. Martí wurde am 28. Januar 1853 in La Habana geboren. Seine Eltern waren Spanier und einige Jahre seiner frühen Kindheit verbrachte er sogar auf der iberischen Halbinsel. Als er mit sechs Jahren nach Kuba zurückkehrte, lernte er Lesen und Schreiben. Er hatte das Glück, im kubanischen Poeten Rafael Maria de Mendive einen seiner Lehrer zu haben. Mendive erkannte die dichterische Begabung des jungen José Martí und versuchte, diese nach Möglichkeit zu fördern. Die Beziehung zwischen beiden wurde so eng, dass Martí in Mendive so etwas wie seinen zweiten Vater sah. Schon in seiner frühen Jugend war Martí vom Gedanken der kubanischen Unabhängigkeit von Spanien begeistert. Diese sollte ihm ganz unerwartet zum Verhängnis werden. In einem Brief hatte Martí einen Mitschüler dazu ermutigt, weiterhin für die Befreiung Kubas einzutreten. Bei der Hausdurchsuchung wurde der Brief jedoch entdeckt und Martí wurde von den spanischen Kolonialbehörden zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Weil sich seine Gesundheit aber immer mehr verschlechterte, wurde Martí später begnadigt und nach Spanien ausgewiesen. Das war 1871. Martí war damals 18 Jahre alt. In Spanien studierte Martí zunächst Jura, Philosophie und Literatur. In jene Zeit fiel auch die Veröffentlichung seines ersten Werkes über die politischen Gefangenen in Kuba. In den folgenden Jahren wohnte er in Mexiko und in Kuba, bevor er sich 1880 in New York niederließ. Hier reiften die Gedanken, die Martí später zum geistigen Vater der Unabhängigkeit Kubas werden ließen. Mit 27 Jahren war Martí bereits in vielen Ländern Lateinamerikas bekannt. Immer wieder warb er in den Vereinigten Staaten um Verständnis für das Unabhängigkeitsbestreben Kubas. Länder wie Argentinien, Uruguay und Paraguay ernannten ihn schließlich sogar zum Konsul ihrer Länder in New York. In jener Stadt hielt er unermüdlich Reden und versuchte Menschen für seine panamerikanischen Ideen zu gewinnen. Er gründete die Patriotische Liga Kubas und die Revolutionäre Partei Kubas. Sein Traum war es, für die Einheit aller Völker des neuen Kontinents in Freiheit zu arbeiten und zu kämpfen. Diesem Ziel widmete er sich in den USA mit allen seinen Kräften. Doch dann brach das Schicksalsjahr 1895 an. Martí beschloss nun, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen. Nach einem kurzen Aufenthalt in Haiti setzte er Anfang April 1895 mit einigen Gleichgesinnten nach Kuba über. Er sah keine andere Möglichkeit als den bewaffneten Kampf gegen die spanischen Kolonialherren. Alle spanischsprachigen Kolonien Lateinamerikas hatten die Unabhängigkeit schon vor Jahrzehnten erworben, nur Puerto Rico und Kuba nicht. Doch dies sollte sich jetzt ändern. So hoffte Martí. Innerhalb weniger Tage wurde er von den kubanischen Rebellen zum Anführer des bewaffneten Widerstands gegen die spanischen Kolonialherren ernannt. Und nun, an jenem 19. Mai war die Gelegenheit gekommen, zum ersten Mal für die Unabhängigkeit Kubas zu kämpfen. Oft hatte Martí von diesem Moment geträumt. Und sollte er im Kampf fallen, so malte er es sich aus, dann wollte er mit dem Gesicht zur Sonne gewandt sterben, für sein geliebtes Kuba. Die Rebellen hatten das Lager von Oberst Jiménez de Sandoval genau im Visier. Der Moment schien günstig. Doch für Martí gab es eine bittere Enttäuschung. Die anderen Anführer der Guerilleros wollten ihn zurück in die hinteren Linien schicken. Sie wollten Martí in Sicherheit wissen. Denn einen toten Anführer konnten sie sich am ersten Kampftag nicht leisten. Martí gab schließlich nach und zog sich zurück. Schließlich war der Moment gekommen. Aus dem Dickicht heraus griffen die Aufständischen an. Sie glaubten an den Überraschungseffekt ihrer Aktion. Doch sie sollten sich täuschen. Die Truppen von Jiménez de Sandoval hatten nur auf diesen Moment gewartet. Mit einem dichten Kugelhagel trieben sie die Angreifer zurück. Als Martí merkte, was geschah, war er nicht länger zu halten. Mit nur einem Mann Begleitung stieg er auf sein Pferd und ritt mitten hinein ins Kampfgeschehen. Das Unvermeidliche geschah. Martí wurde von einer Kugel tödlich getroffen. Für die Aufständischen war es ein herber Verlust. »Wir werden es schaffen«, riefen die Rebellen dem sterbenden Martí zu. »Und wir werden dich in unseren Gedanken mittragen.« Eigentlich wollte er mit dem Gesicht zur Sonnegewand sterben. Aber an jenem Tag regnete es in Dos Rios. José Martí war es 42 Jahre alt, als er starb. Doch zwei Jahre später erreichte Kuba schließlich die Unabhängigkeit von Spanien, auch wenn es in Wirklichkeit nur den Kolonialherren austauschte. Statt den Spaniern würden nun die Nordamerikaner die Rolle des Kolonialherren übernehmen. José Martí war, obwohl er sich eigentlich nicht als gläubiger Christ zu erkennen gab, tief vom christlichen Gedankengut geprägt. In einem später veröffentlichten Artikel schreibt Martí, »In jedem Menschen steckt ein tiefes, unbestimmtes, aber konstantes und mächtiges Wissen von der Existenz eines großen Schöpfers. Dieses Wissen ist das, was wir unter Religion verstehen. Und seine Form, sein Ausdruck, ist die Art und Weise, wie die Menschen Gott verstehen und anbeten. Das ist Religion. Deswegen gibt es schon seit Alters her so viele Religionen wie Menschen. Aber es gibt kein Volk, das nicht irgendwie Gott gefühlt und ihn verehrt hat. Die Religion ist das Wesen unserer Natur. Die Formen können variieren, aber das unbeirrte Wissen um Glaube, Liebe und Ehrfurcht bleibt immer das Gleiche. Gott existiert und will angebetet werden. Soweit das Zitat. Sein ganzes Gedankengut ist unzweifelhaft von seiner offensichtlich gründlichen Kenntnis der Bibel inspiriert. Dies wird jedem Besucher deutlich, der die Gedächtnisstätte zu Ehren des kubanischen Unabhängigkeitshelden im Zentrum von La Habana besucht. Eine Gedenkstätte, die übrigens noch in der Zeit vor Fidel Castro errichtet wurde. Sie stellt unter Beweis, dass José Martí einer der wenigen Kubaner ist, der bis heute von Landsleuten aller Ideologien verehrt und als Vater ihrer Unabhängigkeit angesehen wird. Auf der eindrucksvollen Wand im Innern der Gedächtnisstätte, direkt an der Plaza de la Revolución, kann man unter anderem folgende Zitate von José Martí lesen. Perdonar es vencer. En la cruz murió un hombre un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. La tumba es vía, no término. Todo el que deja hacer lo que es capaz de hacer, peca. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien en la obra de la vida. La vida humana sería una invención repugnante y bárbara si estuviera limitada la vida en la tierra. No dudis hombre joven, no niegis hombre terco. Estudia y luego cree. Oder das heißt, Vergeben bedeutet siegen. Vor langer Zeit starb ein Mann am Kreuz. Wir müssen lernen, jeden Tag am Kreuz zu sterben. Jeder Tod ist der Anfang eines Lebens. Jeder, der das nicht zu Ende führt, was er tun kann, sündigt. Der Tod ist bedeutungslos für den, der seinen Auftrag im Leben erfüllt hat. Das menschliche Leben wäre eine schreckliche und sinnlose Angelegenheit, wenn es auf unsere irdische Existenz beschränkt bliebe. Zweifle nicht, junger Mensch, leugne nicht, du Eigensinniger. Lerne und dann glaube. Gerade die Vergebungsbereitschaft gegenüber seinen Feinden war eines der Merkmale im Leben von José Martí. Er war nicht nur ein zielstrebiger Politiker und Kämpfer, sondern auch ein begnadeter Dichter. Der Text des weltbekannten Liedes Guantanamera, das den ihm so geliebten Ort Kubas beschreibt, stammt übrigens aus seiner Feder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017